Musik Im breiten Himmel scheint die Sonne, im Garten fließt das Wasser heute den ganzen Tag lang. Wasser und Einweichen, die Vögel tanzen unter den Sonnenstrahlen und ich, bebachteren Tanz, sitzend im Schatten ihrer Bewegung. Seit Jahren frage ich mich, ich frage mich, wieso ist die Welt so wie sie ist? Wieso sind wir Menschen so wie wir sind? Wir sprechen von Solidarität. Was heißt denn Solidarität? Ist das Solidarität, das Existenz von Krieg zu akzeptieren? Ist das Solidarität, den Schrei der Völker zu ignorieren? Nein, ich frage mich, ich frage Sie. Ist das Solidarität? Nein, das kann man Heuchelei nennen. Nein, das kann man Gleichgültigkeit nennen. Vielmehr, das ist die Unwissenheit der Gefahr. Wir sind unbeugsam von einer unbestimmten Macht. Und wir sind unbeugsam, indem wir unbeugsam der unbeugsamkeit und definierter Macht unterworfen sind. Wir sind unbeugsam von Krieg, Howard Haag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017